Bei den unerfahrenen Stücken sind oft Super-Dubletten möglich und das hat sich heute wieder ausbezahlt. Drüben aus dem Altbestand kamen jetzt zwei Rehe. Ich muss mir das mal hin. Genauso wie wir uns das vorgestellt haben, besser hätte es nicht laufen können. Mehr muss man dazu nicht sagen, ich bin super happy und so habe ich mir das halt vorgestellt. Vierge